Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chiller und schon wieder für euch in Battle for S.W.R.D. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Angelsack-Opening präsentieren. Wir haben wieder einen Haufen Timewalker-Marken gewastet, um uns 20 Säcke zu holen. Mittlerweile habe ich nicht mehr so viele. Ich hatte mal 13.000, fast 14.000, jetzt sind wir nur noch bei 7.000. Also, ja, viel mehr möchte ich jetzt erstmal nicht raushauen. Deswegen wäre es ganz gut, wenn wir jetzt mal die richtige Angel noch drin hätten. Eine brauchen wir noch. Und ja, wenn wir die 20 aufgemacht haben, dann sind wir, glaube ich, sogar schon bei 20 Säcken. Äh, 20 Säcken, sage ich hier. 200 Säcke haben wir dann insgesamt aufgemacht. Ja, drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ich würde sagen, wir starten durch. Erster Sack, nix. Zweiter Sack, nix. Dritter Sack, wieder nur Crab-Items. Vierter auch nur Crab-Items. Mit dem habe ich, glaube ich, den Angelhut noch gar nicht rausgekriegt, ne? Aber ja. Komm, ich will nicht mehr als 200 Säcke machen. Gib mir eine Angel. Oder gib mir die richtige Angel. Ich will nicht nochmal die gleiche haben. Das befürchte ich nämlich auch, dass ich jetzt dann nochmal demnächst dieselbe Angel nochmal kriege. Komm. Ich vertraue auf das Herz der Säcke. Nicht auf das Herz der Karten, sondern auf das der Säcke, dass ich das Richtige kriege. Oh, fünf haben wir noch. Vier. Drei. Zwei. Komm, bitte. Das ist Sack Nummer 200. Bitte gib es mir. Nein. Jetzt muss ich wieder angeln. Ich dachte mir, komm, ich kaufe jetzt ein paar bei dem Time-Walker-Händler. Dann muss ich nicht mehr die Angel-Dailys machen. Ja, Pustekuchen. Ja, gut. Ja, gut, Leute. Wir müssen leider, leider, leider jetzt wieder ein paar Angel-Dailys machen. So, sobald ich wieder genug Säcke zusammen habe, melde ich mich wieder. Dann gibt es wieder ein kleines Video. Habt mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Angelsack-Opening. Euer TLA. Bis dann. Ciao.